Platz 1 Schwarze Löcher sind eine Gefahr für unsere Galaxie. Deine Mutter ist eine Gefahr für schwarze Löcher. Platz 2 Als Bob der Baumeister deine Mutter sah, hat er gesagt, das können wir nicht schaffen. Platz 3 Deine Mutter ist so hässlich, bei einer Zombie-Apokalypse laufen die Zombies automatisch in die andere Richtung. Platz 4 Wegen deiner Mutter gibt es die Warnung, nicht ins Kinderbecken zu urinieren. Platz 5 Deine Mutter hat Gratisproben im Supermarkt gegessen. Und zwar alle. Platz 6 Deine Mutter darf sich nicht in der Nähe von Wärmequellen aufhalten. Begründung, entzündliche Gase. Platz 7 Wenn deine Mutter im Schulhof auf dich wartet, verdunkelt sich das Klassenzimmer. Platz 8 Deine Mutter findet am Schrottplatz einen Spiegel und sagt, so ein Bild hätte ich auch weggeworfen. Platz 9 Wenn deine Mutter baden geht, rufen die Kinder, wer zuerst auf der Insel ist. Platz 10 Deine Mutter furzt laut im Auto und sagt, lass bloß die Fenster oben. Platz 10